moin moin liebe leute heute will ich euch mal ein ganz nützliches tool zeigen für eure fernbedienung einer drohne damit ihr sie nicht immer in der hand halten müsst sondern auch umhängen könnt also viel spaß so viele leute werden das problem kennen ihr habt eure fernbedienung für eure drohne hier und ihr habt sie nicht fest das heißt wenn ihr sie mal fallen lasst das wäre schlecht vor allem mit einem flug und jetzt habe ich gefunden hier so ein kleines kleines band das ist eigentlich nur ein schlüsselband mit karabiner und den kann man hier einfach ein klipsen und so kleines loch so sieht das ganze aus einfach nur so ein kleines plastik ding schlüsselband dazu karabiner rein und jetzt kann ich mir das ganze hier einfach anklipsen das ist einfach nur so eine kleine schiene hier unten die kommt hier unten rein wird hier reingeklips hält quasi auch so aber man sollte am besten sein handy schon drin haben so und jetzt kommt hier das smartphone rein und das war es jetzt kann ich mir den ganzen kram so um den hals hängen und ich fühle mich einfach sicherer wenn ich mit dem ding so rumfliege habe ich immer so ein bisschen schiss dass wenn ich jetzt stolper beim gehen oder so dass sie trotzdem fallen lassen dass wir eben ja vor allem wenn die drohne in luft ist nicht so gut insofern einfach dieser karabiner hier dran so jetzt zeige ich das ganze noch mal in der praxis geht auch mit käppi und so habe ich das teil immer direkt hier am körper dran und wenn mal irgendwas sein sollte oder ich brauche die hände frei dann ist das an meinem körper dran das ist einfach sicherer so das bleibt also als standard jetzt bei mir in meiner tasche es gibt einen kleinen nachteil und zwar wenn ich das teil ab mache und möchte diesen diesen arm hier ganz rein machen das geht dann nicht mehr muss für mich jetzt nicht also für mich ist es nicht wichtig ob denn drauf liegt oder ganz rein geht das ist ein kleiner nachteil man kann das natürlich auch wieder rausnehmen wenn man will aber bei mir bleibt das so komplett in der tasche als standard ausrüstung verschwindet das und wird auch benutzt so ich hoffe es hat euch gefallen gebt uns gerne da oben und abonniert den kanal und ich sage tschüss bis demnächst